Warte, warte, warte! Jetzt müssen wir uns nicht mehr am teure Skins streiten. Wir haben doch einen Keydrop! Jawoll, meine Güte! Hä? Ah! 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 Keydrop! Trauenskins sind näher als man denkt! Jo, wunderschönen guten Abend, mein Schwulingspritzack. Roni ist hier am Start und ja, Mates, ich bin absolut verschnupft. Gäbling ist ab 18, nur mit Kohle, die ihr übrig habt. Ihr hört es wahrscheinlich an meiner Stimme. Bin wirklich, wirklich absolut im Arsch. Kleine war im Kindergarten und hat wieder Schnupfen mit nach Hause gebracht. Naja, ist so, kann man nichts machen. Wir verkaufen jetzt auf jeden Fall hier erstmal die Messers wieder. Außer die zwei Medusen natürlich. Die überhalten wir. Ich hoffe, bei euch ist aber alles fit soweit. Und, boah ey, ist Katastrophe. Ich hör es ja selber schon, wie ich mich anhöre, ne? Richtig, richtig Nase zu. Knupfen absolut drin. Wört man ja alles verkauft haben. Und, nee, 1700 Dollar, das kann nicht sein. Die Skins behalte ich jetzt mal für die Giveaways. Es tut mir auch tierisch leid, dass die Giveaways, dass da Leute so teilweise zwei, drei Monate sogar schon warten. Die Sachen gehen raus. Ich werde jetzt auch dieses Video dafür widmen, sag ich jetzt mal. Wo wir ganz einfach versuchen, ein paar Giveaways Skins zu holen. Die kann ich dann nachher auszahlen lassen. Und, damit ihr wenigstens das Zeug schon mal kriegt, ne? Und nicht noch warten müsst, bis der Deal fertig ist. Bis ich alles auszahle und, ne? Dann ist nachher auf die 200 Dollar geschissen. Das merke ich mir, was wir dann schlussendlich da rausgekriegt haben. Okay, doch. Hier sind nur noch die zwei Medusen. Bedeutet also, wir werden 1700 Dollar haben. Muss man ordentlich was aufmachen. Als erstes machen wir jetzt ein paar Mal die 40 Dollar Case auf. Wie gesagt, für die Giveaways. Damit wir hoffentlich ein paar 20 Dollar Skins, bei jedem Keydrop Video gibt es hier einen 20 Dollar Skin zu gewinnen, äh, kriegen. 24 Dollar, der ist schon mal gut. Oh, insgesamt haben wir halt Minus gemacht, ne? Aber die anderen zwei verkaufe ich jetzt mal. Die können wir mal erneut öffnen. Wir gehen jetzt echt erstmal auf, auf Giveaway Jagd. Oh, die sieht fett aus. Oh, ist aber leider nicht fett. Verkaufen wir auch. Okay, die zwei Halber. Dann haben wir jetzt schon drei Skins. Die mit Love an euch rausgehen. Oh, doch. Komm, da könnte was dabei sein. Oh, das hat jedes Mal katastrophal Minus, ne? Aber jetzt haben wir sechs Skins, die an euch rausgehen können. Das ist schon mal nice. Danach machen wir auf jeden Fall richtige Kisten auf. Also, noch ein paar andere größere. Oh. Ja, was kostet denn die Kiste insgesamt? Was, 120 Dollar? Wir ziehen hier so eine Scheiße. Darum vergessen zu verkaufen, aber macht nichts. Aber wir haben bis jetzt ja jede Kiste hier Minus gemacht. Aber katastrophal ist Minus. Das erste Mal hier Profit. Die verkaufen wir wieder. Zack. Verhalten wir, dann haben wir schon neun, glaube ich. Ich glaube, da waren vorne nämlich auch noch zwei dabei. Bum, bum, bum. Ah, endlich geht es hier mal in die richtige Richtung. Komm, 17 Dollar. Da kriegt derjenige, der kriegt halt eine Schlüssel. Ah, also, ja, Schlüssel geht nicht mehr. Die kosten ins Arschviel. Sticker oder irgendwas mit dazu. Das würde auf 20 Dollar aufklicken. Äh, da kannst du ja auch knicken hier. Alter, aber auch, wie viel Minus das einfach ist. Das ist ja wirklich irre. Bei welchem Guthaben sind wir denn jetzt? Wir haben jetzt ungefähr 200 Dollar in Go-Way-Skins. Der Rest ist halt einfach Minus des Grauens. Mal gucken, guck mal. Und 200. Boah, Alter. Schnell raus aus der Case. Jetzt haben wir auf jeden Fall ein paar Go-Way-Skins. Wir verkaufen hier noch das hier. Verkaufen wir noch und das hier verkaufen wir noch. Da haben wir hier auf jeden Fall ein paar Go-Way-Skins. 1.300 Tacken. 1.700 haben wir angefangen. Könnte besser laufen. Hätte aber auch schlechter laufen können. In diesem Sinne versuchen wir hier mal. Hat sie ein fettes Case-Opening-Battle? Das ist ja natürlich Hardcore geil. Oh, Alter. Alter. Sieh mal die Joker-Case. Ne. Okay, die Eier habe ich nicht für ein 500 Dollar-Battle. Weil da kann die Kohle dann halt komplett weg sein. Das tut dann richtig weh. 500 Dollar einfach weg auf einen Schlag. Das ist jetzt ein bisschen heavy. Okay. Ich würde sagen, wir sliden hier die normalen Cases wieder rein. Die Cobra-Case. Da haben wir schon heftig gutes Zeug rausgezogen. Ach, wollen wir zwei auf einmal? Weil ich meine, wir haben es ja. Für diejenigen, die hier neu sind und sich wundern, warum ihr so viel Kohle am Start ist. Das sind 12 Videos auf einmal. Oh, schmeckt. Schmeck, ich schmeckt. 12 Videos auf einmal, wo ich immer alles verkaufe und wieder kaufe. Und ne. Oh. Oh, 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 oh. Das könnte richtig schallern. Das könnte, das schallert richtig. Und noch ein Gewöhr-Skin. Okay, eigentlich scheiß auf den Gewöhr-Skin. 160 Zoller plus. Aber, Gewöhr-Skin ist auch nochmal ein Topping. Wir sind immer noch im Minus, ne. Also, so früh brauchen wir uns hier noch nicht freuen. Ja, der Roll-Off-Minus. Heftig Minus sogar. Also, overall. Oh. Digga. Digga. Da ist der Banger-Pull. Da ist der Banger-Pull. Holy shit. 611 Tacken. Lecker. Da sind wir jetzt auf jeden Fall. 300 Tacken oder so im Profit. Komm, direkt noch so ne Kiste. Direkt noch so ein Ding. Ah, ich weiß nicht, was ich sage. Das kannst du ja nicht. Lol. Sogar Minus. Sogar Minus. Höft die Dollar. Alter. Das Bayonett hat jetzt wohl alles abgerissen. Alles abgerissen. Oh, jetzt haben wir nicht mehr genug Kohle. Aber eine können wir noch öffnen. Hier ein normaler Roll. Von links nach rechts. Oh. Hoho. Oh, die sieht Factory New aus. Lecker. Auch nochmal ein Huni. Minimal Gebrauchspuren sogar. Heftig. War früher auch mein Lieblings-AK. Heftig, heftig, heftig. So. Jetzt verkaufe ich nämlich direkt schon mal alles, was wir hier nicht brauchen. Fürs Nix. Nein. Gehörskind. Oh, das zu verkaufen tut halt echt weh. Aber. Wir haben halt die Medusen, die wir uns gesaved haben. Oh, Alter. Da sind schon zwei richtig schöne Skins dazu, ne. So, das ist verkauft. Das ist verkauft. Das ist... Ne, das kann man auch noch verkaufen. Gehör, gehör, gehör. Okay. Angefangen 1750. Sind es bei 1800. Und wir haben noch Gewöhrskins, ne. Also absolut lecker Schmecker. Profit. So gefällt mir das. In diesem Sinne. Haut rein. Spider-Man und viel Glück beim Giveaway.